Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und ihr seht schon, ich habe das Epoxy Tarts schon angerührt und ich mache diesmal eine Sonne. Mit alkoholigen Farben ist jetzt, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren und das Ergebnis ist an sich jetzt nicht schlecht geworden, aber als Tipp würde ich wahrscheinlich geben, das seht ihr dann später auch beim Ergebnis, ich hätte wahrscheinlich die dunkle Farbe jetzt einfach weglassen sollen. Also das dunkle Lila und das Blau, weil das dann doch schon sehr dunkel geworden ist. Es hat trotzdem einen wunderschönen Finish letztendlich, aber wie gesagt, ich glaube irgendwann, damit die Farben einfach viel, viel schöner rauskommen und gerade die hellen Farben, oder ich hätte viel mehr von den hellen Farben nehmen sollen. Aber gut, ich finde das Ergebnis trotzdem wunderschön und alkoholigen Farben habe ich tatsache sehr viel auch schon bei Untersetzern genutzt, die haben so ein eigenes Ergebnis letztendlich, wenn man dann eben auch noch mit dem Weiß drüber geht. Das Weiß ist schwerer als jetzt die anderen Farben und dadurch kommt dann dieses einzigartige Ergebnis. Wir fallen leider die Fachwörter nicht ein, wie so oft, aber es gibt einige Videos schon dazu. Im Zweifel einfach mal gucken, Alkoholink-Untersetzer zum Beispiel, dann findet ihr da zumindest auch bei mir ein paar Videos auf jeden Fall dazu. Hier gucke ich jetzt einfach, dass ich, ich wollte das wie so ein, ne, Regenbogen ist jetzt auch zu hoch gegriffen, ne, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung so einen Farbverlauf gerne hinkriegen. Kann ich schon spoilern, ist es nicht geworden. Ist aber auch in Ordnung, wie gesagt, ich mag das Ergebnis trotzdem sehr. und habe also die Farbe vorher reingetropft und dann mit dem Epoxidharz aufgegossen. Ich habe alles ein bisschen schneller gemacht, aufgrund dessen, weil es euch wahrscheinlich sonst langweilig wird. Also dementsprechend keine Sorge, es wird kein Endloss-Video. Während ich jetzt hier so tropfe und mache und tue, mag ich gerne nochmal was dazu sagen. Ich hatte letztens wieder einen Kommentar unter einem meiner Videos. Ihr braucht nicht suchen, ich habe ihn schon gelöscht. Ich werde, und das habe ich auch schon mal in einem Extra-Video gemacht, gesagt, ich werde unhöfliche Kommentare strikt löschen. Und je nachdem, aufgrund der Schwere des Kommentars werde ich auch blockieren. Das hat wirklich Hintergründe, weil ich für Respekt in der Kommunikation bin und ich werde das so nicht dulden. Ich habe, wie gesagt, diesen Kommentar jetzt gelöscht. Ich habe denjenigen auch blockiert, weil ich es nicht nett fand. Und dementsprechend ist das dann für mich einfach ein No-Go. Also da einfach auf die Kommunikation achten. Ich habe überhaupt nichts gegen Kritik. Ich habe auch nichts gegen irgendwie, was man anders machen kann oder dass ihr das nicht schön fandet, dass ich das jetzt so und so gemacht habe. Keine Frage. Aber einfach nur so irgendwelche blöden Kommentare hinzurotzen, wie doof ich doch wäre, werde ich nicht tolerieren und wird sofort gelöscht. Und ich bin da auch relativ zeitnah in der Regel dran. Das heißt, dieser Kommentar hat dann nicht lange eine Chance, Unfrieden zu stiften. Und ich hoffe, das respektiert ihr. Wie gesagt, ich bin jemand, der unglaublich gut und auch schnell antwortet und da versucht, immer zu helfen oder eben halt auch Kritik eben auch mal anzunehmen. Hatte ich auch schon, ist überhaupt nicht die Frage. Und aber es tut mir leid, sowas werde ich nicht tolerieren. Und wie gesagt, dafür gab es schon mal ein Extra-Video. Da gab es auch schon mal so einen nicht ganz so netten Kommentar. Und andere werden jetzt denken, ja, du lädst doch die Videos hoch, da musst du auch mit rechnen. Ja, ich rechne mit Kommentaren. Aber ich werde es auch im normalen Leben, lasse ich das nicht zu, dass man mich blöd anmacht. Also dementsprechend freue ich mich über ganz liebe, nette Kommentare mit Kritik im Zweifel, mit Lob, mit Daumen nach oben und was weiß ich alles. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und helfe auch sehr gerne, wenn jemand eine Frage hat oder falls jemand ein Produkt wissen möchte, was ich eben nicht verlinkt habe. Manchmal vergesse ich es auch einfach. Also fragt da auch gerne nach. Ich suche euch das nochmal raus, wenn es das noch gibt. und dadurch keine Frage. Und ja, deswegen habe ich auch das Video jetzt ausgenutzt, das Ganze jetzt nochmal zu nutzen als Kommentarmöglichkeit. Genau, aber ansonsten hier übrigens bei dem Video selber kommen wir auf das ursprüngliche Thema zurück, nämlich der Epoxidharz, dem Spiegel oder Sonne. Ihr seht schon, es verändert sich ja immer wieder das Ganze. Epoxidharz hat ja wirklich so diese Special... Mir fällt es gerade nicht ein, aber die zaubern ja unglaublich schöne Sachen hin und dadurch finde ich das immer sehr, sehr schön, wie sich das so über die Zeit halt auch nochmal verändert und dass da dann das Ganze halt wirklich sehr, sehr schön ist. Ich musste auch nochmal, weil mir mein Epoxidharz leider nicht gereicht hat, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, wie viel es ungefähr ist, dann das Ganze halt nochmal ein bisschen was nachmischen. Hatte dann aber, weil ich dann doch zu viel hatte, eben noch wieder meine Herzen gemacht. Das ist immer nur so ein kleiner Spoiler. Mit diesen Herzen möchte ich nochmal was machen und gieße jetzt einfach immer aus den Resten die Herzen und vielleicht nehme ich auch irgendwann nochmal, weiß ich nicht, einen Stern oder irgendwas dazu. Ich habe noch zwei andere Formen davon und werde das vielleicht auch nochmal nutzen. Mal sehen, wie sich das so macht. Aber das ist immer so eine kleine Spoiler, wo ihr dann schon mal sehen könnt, Aha, mal sehen, was sie damit vielleicht macht. Ich kann sagen, da kommt auf jeden Fall nochmal was und ich muss es nur sammeln. Ich will damit jetzt nicht ad hoc einfach immer irgendwelche Herzen gießen oder so, wenn ich sowieso immer Reste habe. Also dementsprechend, ja. Ansonsten, ich will jetzt auch nochmal darauf hinweisen, gerade was das Epoxidharz angeht, da bitte immer darauf achten, dass ihr euch selber auch schützt. Mit einer Maske, mit Handschuhen ist unglaublich wichtig und da einfach gut aufpassen, bitte nicht auf die Haut kommen lassen. Die Atemwege sind so wichtig auch und einfach so ein bisschen schauen, dass ihr euch da gut erkundigt, auch was das Epoxidharz selber angeht. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Epoxidharz-Hersteller und jeder hat ein anderes. Nicht jeder härtet zum Beispiel nach 24 Stunden aus. Nicht jeder muss, weiß ich nicht, es gibt ja auch, ist ein bisschen dickflüssiger, ist dünnflüssiger. Ich nutze gerne das Dünnflüssige. Mit dem Dickflüssigen würde ich, glaube ich, nochmal ganz andere Effekte hinkriegen. Aber wer mich so ein bisschen schon verfolgt, ich habe immer nicht ganz so viel Kraft in den Händen und ich finde, das Dickflüssige ist unglaublich anstrengend zu rühren. Ist bei jedem anders. Ist auch vollkommen okay. Ich persönlich finde es halt nur wirklich unglaublich anstrengend und dadurch nutze ich es nicht ganz so viel. Ich nehme lieber das Dünnflüssige und finde das super. Ich nutze das von Resin vor Dekor und versuche da einfach immer meine Effekte so schön wie möglich hinzubekommen. Ich mache es für mich ja als Hobby und freue mich da einfach dann über die schönen Ergebnisse und dadurch ist das für mich das beste Harz, was ich aktuell haben kann. Ich habe damit auch schon ganz viele Sachen gemacht und auch höher gegossen. Allerdings auch da immer aufpassen, nicht zu hoch gießen. Da gibt es Gießhöhen maximal, die eingehalten werden sollten, weil sonst wird das Ganze zu warm und dann kann das Ganze anfangen zu kochen und das möchte man selber auch nicht. Und hier habe ich übrigens meine Herzen diesmal auch mit den Alkohol-Ingfamen gegossen und die Ergebnisse finde ich diesmal ein bisschen anders. Ich habe tatsache mit einem anderen Ergebnis gerechnet, aber trotzdem schön. Aber ihr kennt mich, eigentlich gibt es ganz selten Sachen, die ich jetzt nicht ganz so schön finde und hatte zwar, ich lade euch in der Regel dann trotzdem hoch, weil ich glaube, dass man auch daraus gut was lernen kann. Ich hatte ja letzte Woche das Ganze mit so einer Kugel. Es war nicht perfekt, aber ich habe es ausprobiert und man muss einfach immer wieder üben, um dann die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Aber ansonsten, ich, wie gesagt, so die Alkohol-Ingfamen, traut euch da ruhig mal ran. Also ich glaube, da hat jeder Spaß irgendwie gerade dran, da so ein bisschen vor sich hin zu tröpfeln, wie in so einem Labor und ja, dementsprechend tobt euch da gerne mal aus. Falls ich übrigens noch mal mehr auch das Epoxidharz machen soll oder eine größere Erklärung, wenn ich was mache, wie lange muss es angerührt werden und so weiter, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann gucke ich noch mal, dass ich euch da so ein Anfängervideo mit mache und euch da ein bisschen mehr zu erzähle und da ein bisschen ausführlicher drauf reingehe, weil das gehört auch mit dazu. Das ist eben keine große Spielerei, das sollte man wirklich mit Bedacht nutzen immer und dort dann einfach so ein bisschen schauen, dass ihr da euch nicht schadet mit dem Ganzen. Ich zeige euch logischerweise natürlich nachher noch die Ergebnisse und gehört für mich immer mit dazu. Ich weiß, bei den längeren Videos ist das immer kein Thema, aber ich kenne das irgendwie. Ich gucke ja immer mal wieder bei TikTok und da wird ganz dolle bemängelt, dass halt meistens die Ergebnisse nicht gezeigt werden, sondern man auf ein paar zwei warten muss oder drei, vier, fünf. Es gibt ja da TikToker, die machen aus einer Kleinigkeit 20 Videos, wo ich immer denke, muss man das jetzt machen? Nervt. Gucke ich nie wieder rein, weil mich nervt es dann bloß noch und dementsprechend, ja. Ich zeige euch, ich lasse extra die Kamera übrigens laufen, weil ich euch zeigen will, wie sich manche Sachen dann immer verändern. Jetzt auch beim Aufräumen und dort ist dann alles so ein bisschen zu sehen, wobei diesmal weniger zu sehen ist. Also dementsprechend habe ich es irgendwann dann auch abgekürzt und dann nehme ich erst das Auspacken, das Entformen, ran genommen. So, und hier haben wir jetzt das Ganze entformt. Ich muss dazu sagen, ich habe es vorher schon aus der Form geholt, weil es war irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte vorher gucken, wie es sich aus der Form lösen lässt, weil irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte vielleicht nicht funktionieren. Und dann zeige ich euch noch, da waren in diesem Set, wo ich die Formen jetzt gekauft hatte, waren auch runde Spiegel mit dabei und diese klebe ich da jetzt mit auf. Ist also ein Rundum-Sorglos-Paket, klar reichen die Spiegel nicht unendlich, aber ja, übrigens die Form, die sieht auch sehr bunt aus und ist natürlich so ein bisschen schade, weil, aber ich glaube, damit kann ich trotzdem noch ganz gut arbeiten und aber durch diese Farben halt ist das jetzt alles ein bisschen verfärbt und ist eben halt auch keine extrem hochwertige Form jetzt gewesen. Also dadurch da, aber auch keine Sorgen machen, das ist einfach dem so geschuldet und wie gesagt, solange das Ergebnis gut wird, ist das in Ordnung und hier ist, wie gesagt, sehr dunkel geworden und, aber wie gesagt, ich mag das trotzdem unglaublich gerne, also das hat was Dunkles und trotzdem schimmert immer so ein bisschen Farbe mit rein. Also ich lieb's, schreibt mir gerne rein, wie seht ihr das? und jetzt kommen noch die kleinen Herzen, die ich euch versprochen habe, auch natürlich mit zu zeigen. Wie gesagt, das Ergebnis ist jetzt anders, als ich dachte. Irgendwie hat er nicht scharf gestellt, aber, ja, aber sie sind trotzdem schön und ich werde die mit in das eine Projekt mit reinnehmen, wofür ich diese Reste dann immer nutzen werde. Ich verabschiede mich schon, ihr könnt jetzt noch beim Entformen der Herzen mit zugucken und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag und habt überall bei euch ein wunderschönes Wetter und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dann. Tschüss! Tschüss! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018